Nützt ja nichts, wenn ich 5 Stunden aufzeichne oder 5 Stunden spiele mit Aufzeichnung und dann einfach nur von den 5 Stunden dann letztendlich nur 2 aufgezeichnet habe. So, dann wollen wir hier mal wieder ein bisschen Platz schaffen und zwar hier zack. Warum mache ich jetzt wieder Stromproblem? Ich weiß, warum wir Stromprobleme haben, weil ich jetzt die ganze Deklarierung weggemacht habe. Äh, Föhn. Blöd Föhn. Ich übrigens, ne? Ich blöd Föhn. So, dann machen wir hier noch kleines Gewerbe hin. Wir müssen ja noch ein bisschen Gewerbe machen. Und jetzt noch ein paar. So. Zugeordnet. 17.368. Und jetzt können wir hier richtig krass ranarbeiten. Ja, hier wird direkt gebaut, gebaut und noch mehr gebaut. Es wird jetzt wieder einen kurzen Moment dauern, bis hier die ganzen Strom-Connects sich alle aufgebaut haben. Mein Stromladekabel ist schon wieder abgeflogen. Das ist echt nicht gut. So, ich tue den Kontrollen jetzt mal eben hierhin, damit der laden kann. Ja. Ist in Arbeit, wie wir sehen können. Das läuft hier. Ich tue den Kontrollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da kommt der Erste, der baut hin. Jawohl, da baut der Zweite links. Das sieht gut aus. Reicht das schon? Ist das schon die Konnecke, die wir brauchen? Hm, noch nicht ganz. Aber wir sind nahe dran. Ja, guck, da kommt der Nächste daneben. Der ist nochmal ein Stück dichter. Na, reichst du? Um da die Verbindung herzustellen. Nein, auch noch nicht. Da drüben kommt der Witz jetzt. Ich glaube, der Witz. Da drüben. Links, Mitte vom Bildschirm. Mit dem anderen zusammen. Müssten die eigentlich... Jawohl, da ist der Strom da. Und alles ist gut. 17.600. Ja, jetzt hier wieder Platz geschaffen. In Gewerbe... Hatte ich hier jetzt auch was hingebaut? So, Gewerbe... Ja, das ist alles schweres Gewerbe hier. Ich müsste kleines bauen. Wie viel brauchen wir denn noch? Ja, ich weiß. Warte, warte. So, X. Jetzt. 17.568. Noch 2.400. Das ist nicht so schwierig. 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 jetzt habe ich so viel abgerissen dass der strom wieder nicht mehr dran ist ja fliegt kann ja auch nicht wahr sein komm schon 17.700 schwer zu sagen sollte hinhauen so kurz zwei zimmer weiter bis gleich so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So ist es jetzt für die letzten 190 Stück. Gleich haben wir es. Und da ist er. Ja, ist er das? Ja, noch nicht ganz. Gleich haben wir ihn. 19.816. Und da ist er. 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 Ja, dass ich hier wirklich nochmal. Da kommt nochmal einer gebaut. Und da ist er. 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 Und da wird gerade wieder gebaut. Und da ist er. 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 Vielen Dank.